Hi Leute, herzlich willkommen mitten aus dem Lager des neuen Aladin Shisha Shops. Wir haben mit unserem Team monatelang Tag und Nacht geschuftet und konnten unseren neuen Onlineshop gestern endlich online stellen. Bei uns gab es ein paar kleine Veränderungen und zwar gibt es in dem Shop jetzt nicht mehr nur Aladin Produkte, sondern auch Produkte verschiedenster Hersteller auf dem Shisha Markt. Also so quasi alles was das Shisha Herz begehrt. Egal was für Tabak, Kone, Zubehör oder welche Falten. Bei uns werdet ihr jetzt und in Zukunft alles was gut und nachhaltig ist finden. Wir haben hier auch schon direkt die erste kleine Aktion bzw. Überraschung für euch. Und zwar sind es zwei neue Aladin MVP Modelle. Zum einen ist es die A46 und zum anderen die A36. Die Modelle sind quasi identisch aufgebaut und unterscheiden sich nur in der Höhe. Wie es bei uns bei Aladin üblich ist, kommen die Sachen in Top Edelstahl Qualität im Komplettset und sind natürlich preislich schlagbar. Also Kopfset, Schlauchset, verstellbarer Diffusor, Closed Chamber, Schlippadapter am Teller unter dem Schlauch und ein richtig schönes massives Edelstahl mit einem richtig schönen kantigen massiven Glas. Kostet nur 99 Euro und die kleine ist für sogar nur 89 Euro erhältlich. Durchzug wie immer super angenehm und durch den verstellbaren Diffusor könnt ihr den sowieso auf eure eigenen Bönche anpassen. Guckt es euch an, die Pfeife wird nicht lange verfügbar sein. Das ist nur eine begrenzte Stückzahl. Deswegen schlagt zu und viel Spaß damit. Bis bald. Sahgoon?